und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei minecraft auf dem deincraft server ja und heute ist das große buddelbox event deswegen wundert euch nicht dass es gerade ein bisschen rückliger läuft als sonst ich merke nämlich gerade ich habe nur knapp 30 fps wenn ich glück habe und da ist auch der danger er nimmt aber heute mal nicht auf danger habe ich immer auf den senfkopf irgendwo gesehen da ist er ich glaube ich mache für heute mal die schäder aus ok viel mehr bringt das jetzt auch nicht es ist hier einfach zu viel los so man sieht hier ist einiges los wieso hat er zwei sachen in der hand wie geht das was ich aber gerade auch mal machen könnte denn da ich jetzt noch ein paar folgen aufnehmen werde ich weiß nicht ob ich das als als eine oder als mehrere folgen machen werde je nachdem wie lang es geht so und eigentlich müsste es jetzt losgehen ich bleibe einfach mal hier stehen und drück nach vorne vielleicht komme ich ja irgendwann ja alle youtuber hier gott ist hier was los egal wo ich mich hin drehe ich sehe nur leute was wird hier weg gedrängt hallo 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 wo sind sie die youtuber man sieht ach du je 93 spiele auf dem server da ist die senfkopf kann man da drinnen noch einfach kisten finden war ich nicht noch eben noch da am anfang ich habe ja eh kaum chancen ich gehe mit normalen sachen rein jetzt geht es hier aber ab genau wie meine framerate und ich habe hier mal ein paar spitzhacken mitgebracht Und wie ihr seht, ich habe eine Angel mit Köder 2 erworben Und was ich euch auch mal kurz zeigen kann Hier, danke an Rainer mit AI Ich habe das Geld für mein Grundstück So fast zusammen Hm, Fishgirl bist du Ach du je Hier geht's ab Kann man nach Hause Ach, wenn das Inventar voll ist, das ist eine gute Frage Jetzt bleiben wir hier hinten stehen Noch 3 Spieler oder was? Da ist the danger, the danger, the danger Ja, wo will er dann hin? Willste zugucken? Man könnte sich mal kurz einen Blick drüber Ich sehe da Kohle Kohle, ganz viel Kohle Was das schwarz ist, das Subsidium Das kann doch eh keiner bauen Die Frage ist das Beste Worum geht es eigentlich bei Buddelbox? Buddeln in der Part Haha, genau das Ich kann auch mal ein bisschen Spitzhacke Man weiß ja nicht Große danger jetzt hin Wo ist der Senfkopf? Wo sind die ganzen YouTuber? Ich bin hier Wieviel haben wir denn überhaupt? Fünf Hier ist was los Er macht's richtig Hacker-Bahn Bahn Ach Leute Jaaaaaaah Hier geht's rund Ich geh einfach mal eine Etage tiefer Oder ein paar Etagen tiefer Gott schulde, denn da sind einige schon wesentlich schneller als ich ein bisschen holz mit ein bücherregal nehmen wir auch mit die spinnnetze kann ich irgendwie jetzt habe ich ein problem ich bin hinten meine ecke für mich anscheinend das heißt entweder gibt es hier nix was ist das eigentlich keine ahnung ich nehme es einfach mal mit ich doch richtig gesehen ist das gold hat sich doch schon gelohnt übrigens einer mal daran gedacht wie wir auch wieder rauskommen bücher bücher das kann ich nicht erbauen ach ich habe das falsche kohle ist auf jeden fall ein haufen vorhanden ob das jetzt so gut ist ist die nächste frage so ich erwische mal hier ich sag ganz ehrlich für mich hat sich allein für den goldblock bis jetzt finde ich schon ziemlich geil ich finde hier alles nur kohle kohle ein paar spinnenweben ja hier ist einiges drin hauptgewinnen habe ich glaube ich keine chance ach du je wer wollte dann hier so weit runter ich höre klack 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 muss ja dazu sagen ich weiß nicht ob ich es schon erwähnt habe der danger will heute nicht aufnehmen weil er möchte einfach mal wieder ein bisschen spaß oder was heißt spaß einfach mal wieder bist du gold keine ahnung aber allein fürs gold lohnt sich doch schon wieder verdammt geh weg das ist meins verdammt da ist die erste spitzhacke kaputt gegangen äh die erste bestimmt nicht aber es ist eine kaputt gegangen was bist du denn keine Ahnung nehme ich einfach mal mit klar aber ganz ehrlich langsam wird es dunkel kann ich hier bauen jaaa das ist ja ein traum hier wow 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 jetzt habe ich aber was erwischt hier hier geht es nochmal eine etage tiefer ach je leide wie tief habt ihr das dann gemacht ich sehe gerade gar nichts mehr da zack yay so war es ein bergbau das kann ich später fürs haus dann auch gut gebrauchen au so lecker bin ich dann jetzt gelandet doch das macht laune leck ich merke nix außer den leck den ich die ganze zeit schon habe was ich hab schon wieder auf den heim oder was was ich hab schon wieder auf den heim oder was ich hab schon wieder auf den heim oder was da war da Nebenpreis? Um was geht's? Ich versuche hier zwischendrin auch noch ein bisschen zu buddeln. Und nicht Chat nur zu lesen. Sagen wir mal, es gibt genug Sachen hier. Ich mach mir mal Licht. Keine Ahnung wie weit ich unten bin, wo ich bin und... Auf jeden Fall jetzt haben wir doch schon wieder... Jo, dann würde ich mal sagen, hat die Truhe wohl schon... Jemand... Alter, du brauchst mich gerade hingehauen. Zu ein paar anderen, das ist nicht gut. Hier war ich nur so schön allein. Ich dachte, ich will da wieder hoch. Hier ist noch ein Haufen Kohle. Hier geht's weiter mit einem Haufen Kohle. Ja, Haufen jetzt nicht, aber das ist Kohle. Da war die nächste Truhe. Ich höre hier an, da unten nur Erfahrung, Erfahrung. Kohle. Au. Und schon wieder bin ich in der Etage tiefer. Da ist noch Kohle. Gibt's noch irgendwas? Ich brauch so ein paar Bücher, die ich trotzdem mitnehme. Und mich alles später für das Haus verwenden. So, aber jetzt muss ich mich langsam wieder ein bisschen hochbauen hier. Da muss ich zumindest irgendwie wieder hochkommen. Kohle. Ich beschwere dich hier nicht wegen FPS, ich glaub das geht uns allen so. so. Oix. Jetzt müssen wir einfach mal den Bereich wechseln. Jawohl. Allein dafür hat es sich doch schon gelohnt. Ach, das war doch nur Eisen. Verdammt. 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 noch ein Level, aber was ist denn jetzt los? Verdammt, hat mir da gerade einer die Glocke unter den Füßen weg gebaut oder was war das? Ich will gar nicht wissen wieviel Kohl ist, aber jetzt, jetzt kommt der Mega-Lag und meine erste Spitzhacke ist im Arsch. Leider war es auch genau die Eisenspitzhacke. Gibt es hier noch irgendwo was? Außer noch mal Bücherregale, Kohle, Kohle, Kohle. Gehen wir mal in die Richtung ein bisschen. Ich vermisse gerade übels meine Eisenspitzhacke. Aber ich habe kurz vor der Aufnahme kein Eis mehr gefunden. Nehmen wir noch mit. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aufbau. Na, benutzt er etwa für Hex? Oh. Ach, das ist eine... Jetzt hatte ich schon Hoffnung. Ja, wir müssen das mal gucken. Vielleicht ist hier irgendwas interessantes noch. Okay, hier ist... Ach, Scheiß. Ganz ehrlich. Ich habe mal überhaupt einen Hauptgewinn ist bestimmt eh schon gefunden. Wie viel Kohle habe ich da mittlerweile? Oh, ein Steck haben wir voll und noch ein bisschen mehr. Nehmen wir mit. Ne, wird zu schlecht. Hier ist mein Baugebiet. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Was ist das hier, wenn es zu Ende ist? Hm. Das ist eine gute Frage. Überlänge habe ich heute eh schon. Alle finden sowas seltenes. Gib grund nachschieden die Geschmack machen undpause für die Geschmackos. ál eins aufheber Damen und ruhig äh. Denn wenn du das swift ist, habe ich hab zu. Die Geschmackat recommenden dennes. Vielen Dank.